Musik Die Ligurische Grenzkammstraße befindet sich in den Westalpen und verläuft nahe der Grenze zwischen Italien und Frankreich. Sie beginnt nördlich der Stadt Piegner und endet südlich der Stadt Limone. Kürzer Zwischenstopp. Wie es schmeckt. Musik 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 wir sind jetzt am startpunkt der ligurischen grenzkampfstraße und werden jetzt gleich los mit der tag machen und rüdiger ja der ist rüder so so Musik 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 Jetzt habe ich ein normales Foto und eine 48er Musik 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 Musik